Hallo ich heiße Tim und dies ist die fünfte Folge von Tims Minecraft Adventures. Ich starte mal wieder hier an der Spinnen XP Farm. Dazu habe ich ja jetzt auch vor ein paar Tagen ein letztes Bild zugemacht. Und ja, seit dem letzten Part von Tims Minecraft Adventures hat sich nicht so viel getan, aber ich habe hier eben das Licht reingemacht. Ihr seht, es spawnt immer noch was, dazu komme ich aber gleich. Hier ist dann auch Licht. Einfach mit der Labe. Also die Labe wird einfach zurückgehalten durch die Pistons. Seht ihr hier, da kommt das Signal. Und die Pistons sind eben hier und drücken einen Block gegen die Scheibe, sodass gar kein Licht mehr durchkommt. Das eben auf allen sechs Seiten. Und dann klappt das auch halbwegs. Also es spawnt immer noch was. Da werden wir dann gleich etwas bauen. Mit dem Schalter kann ich das Licht an- und ausmachen. Das Problem besteht hier immer noch, aber ich denke, das werde ich trotzdem einfach so lassen. Weil das ja eigentlich nicht schlimm ist. So, zuerst werde ich mal hier oben ein Loch reinmachen. Denn hier in die Mitte kommt ein Glowstone. Genauso wie da. Ich muss mal gucken, wo das wäre. Das wäre genau an dem Glasblock hier und das wäre eigentlich okay. Genau. Dafür werde ich erstmal ein Loch graben. Und dann sehen wir weiter. So, der Raum wäre da. Und ich habe das Ganze schon getestet. Nämlich werde ich das so machen, dass hier diese Blöcke, also die Glowstones, hochgezogen werden. Dann sind hier zwei Pistons, also da und da hinten. Die schieben sich entweder, also die Pisten, die hier ist, schiebt entweder alle Blöcke hier in der Reihe nach hier. Oder die Pisten, die hier ist, schiebt eben alle Blöcke, die in dieser Reihe sind, nach da. Das reicht gerade so, wenn wir hier mal zählen, haben wir eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, plus einen, der entweder hier oder da hinten ist, also zwölf. Und das ist genau die Anzahl an Blöcken, die Pistons auf einmal verschieben können. Also klappt das schon mal gut, wie ich hoffe. Ich habe jetzt leider meine Sticky Pistons vergessen. Hier habe ich noch drei Slime Balls. Allerdings habe ich auch noch irgendwie vier, fünf Pistons irgendwo rumliegen. Muss ich nochmal gucken, wo die sind. Ich werde euch aber mal kurz meine Slime Farm zeigen, die ich gebaut habe. Ja, ist eher einfach nur so, ist da gerade was? Ne. So Spawning Grounds. Die führen jetzt nicht irgendwo hin, sondern das ist jetzt einfach nur ein leerer Raum oder zwei leere Chunks, würde ich sagen. Ja, wir haben hier ein Chunk Ende. Also von hier bis da geht ein Chunk. Den habe ich zuerst ausgehoben und dann habe ich gemerkt, hier spawnt der gar keine. Und dann habe ich hier oben ein Slime gefunden und dann habe ich gesehen, okay, dann müsste das eben dieser Chunk hier sein. Dann habe ich den ausgehoben und hier sind dann ein paar auch schon gespawnt. Später habe ich dann hier auf einmal Slimes drin gefunden, hier irgendwo. Das heißt, entweder ist hier auch ein Slime Chunk oder die Slimes sind eben von hier aus dahin gehüpft. Aber das weiß ich nicht genau. So. Gut, dann hole ich jetzt mal die Sticky Pistons. So. Und geschafft. Gut. Also wir fangen an. Erstmal müssen wir die, ja ich platziere erstmal diese Pistons. Also die normalen, die kommen immer zwei Blöcke vom gelosten Block weg. Und ja, die normalen, äh die Sticky Pistons kommen eben über den Glossom Block. Da muss man jetzt gucken, wie man das macht. So ist eins zu hoch und ich bin mir nicht sicher, ob das, ne. So geht's nicht. Dann müssen wir uns eins nach unten graben. Das geht ja auch schlecht, weil wir dann da reinfallen. Aber, ich muss es an. Ja. Hier spawnt jetzt aber kaum was, weil das Licht an ist. Okay, hier dürfte eigentlich gar nichts spawnen. Weil wir die Glossom schon hier platziert haben. Also ich probier's. Ha. Hat geklappt. Das gleiche auf der anderen Seite. Das ist natürlich auch ein bisschen dumm hier. So, hier. Ah ne, hier kann ich das. Achso, hätt ich da auch machen können wahrscheinlich. Jo. So. Jetzt komm ich natürlich nicht mehr hoch. So. Diese Pisten nehm ich wieder weg. Hier kommt jetzt noch eine drauf. Und da stell ich mich einfach hier hin. Und dann nehmen wir, oh. Hört ihr das? Ich weiß nicht ob ihr es hört. Ein Slime. Das heißt, da will ich jetzt kurz mal hingehen. Dann seht ihr auch, dass das mit der Slime Farm halbwegs klappt. Ja, boah. Oh. So, die kleinen Slimes können mir gar nichts tun. Die großen ziemlich sicher. Oder? Ja. Haha. Und die halbwegs großen auch ein bisschen glaube ich. Ich weiß gar nicht wie das ist in der 1.0. Beispiel. Ob da, äh, ob man die kleinen Slimes mit dem Schwert töten darf. Und ob sie dann trotzdem was droppen, weil das war früher nicht so. Deswegen mach ich jetzt erstmal so und kann das da später mal nachgucken. Oder ich schreib's einfach mal in die Kommentare. Ob die auch was droppen, wenn man die mit dem Schwert killt. So. Hier war ich immer zu faul, eine Tür hinzumachen. So, 14 Slime Balls auf einmal. Ist ja schon mal nicht schlecht. Und ich will mal kurz was essen. So. Also wir haben jetzt einmal unsere Löcke. die wir in der Decke haben wollen. Das ist der normale Stein. Den machen wir dann entweder rechts oder links neben den Glossen oder neben die Sticky Pissen. Das muss man nur einheitlich machen. Also ich mach jetzt mal immer links. Links daneben. Da auf dem Boden kommt ja sowieso was. Da und da. Dann können wir einfach irgendeinen anderen Block nehmen, den wir hier als Platzhalter dazwischen machen. Dann kommt's jetzt zur Verkabelung. Und zwar haben wir hier in der Mitte den Input. Könnte ich jetzt eigentlich einen Button dran machen, aber müsste ich mir auch erstmal craften. Das ist eigentlich eher nur Verschwendung. Ähm. Dann geht's hier lang. Mit Redstone. Bis nach hier oben. Achso. Das da oben braucht man gar nicht. Sehe ich grad. Das geht ja direkt in den Block. Dann haben wir hier einen Repeater. Schalte ich erstmal auf 3. Ähm. 4 meine ich. Und eine Torch. Das ist eigentlich genau das gleiche. Äh. Die gleiche Methode wie in meinem letzten Bild zu den Bodenbeleuchtungen. Oder? Ja doch. Äh. Äh. Oder auch. Zur Spinnen XP fahren. Da habe ich das nämlich auch gezeigt. Nur eben an der Wand. Und ja. Es geht eben darum, dass zuerst, wenn wir den Knopf drücken, geht der Repeater aus. Und erst einen Tick danach geht diese Torch an. Das heißt. Äh. Diese Piston ist jetzt im Moment eigentlich gepowert durch den Repeater. Das sieht man nur nicht, weil der Block hier im Weg ist. Äh. Dann wird die Piston kurz umgepowert und wird dann direkt wieder gepowert. Und es kommt eben darauf an, wo im Moment der Block hier ist. Entweder hier oder hier. Äh. Ja. Darauf kommt es eben an. Ob dann diese Piston ausschlägt oder die andere. Ist ziemlich kompliziert. Aber. Ich werde es jetzt einfach mal bauen. Und ihr seht es dann ja. Da. Zwei. Zwei. Drei. Und. Zack. Gut. Das war es eigentlich schon. Jetzt nehme ich mal. Ja. Ich kann das hier einfach wegnehmen. Ihr seht, das wird weggeschoben. Wenn ich jetzt wieder, äh. Hier. Ja. Das ganze Power. Dann geht das nur nach unten. Das heißt, wir haben jetzt oben den Glowstone. Und unten ist es dunkel. Das hört ihr auch schon an den Spinnen, die da jetzt gespawnt sind. Das mache ich gleich nochmal. Und das passiert einfach genau wie eben. Nur andersrum. Und das wiederholt sich eben. Gut. Ich würde mal hier nach unten gehen. Dann muss ich mal gucken, wie ich das hier mache. Ich glaube. Das ganze ersetzt sich durch einen Button. Äh. Hätte ich gehalten. Da ist noch einer. Ich habe immer so viel Zeugs dabei. Das nervt. So. Dann. Ähm. Müssen wir natürlich. Das Signal von hier. Nach oben bringen. Das könnten wir einfach. Hier hoch machen. Und dann brauchen wir ein Signal. Was. Hier zu den. Anderen. Pistons geht. Und das müssen wir mit einem. Äh. Tiefflipflop. Verbinden. Der Tiefflipflop bewirkt eben. Dass wenn wir den Button drücken. Äh. Dass das. Dann entweder aus. Oder an ist. Also jetzt aus. Jetzt an. Jetzt aus. Und wieder an. Und so weiter. Weil jetzt können wir eben noch nichts mit dem Button anfangen. Weil eigentlich immer das Licht an ist. So. Ich grabe mich dann. Hier mal nach oben. Gut. Das heißt. So müsste es eigentlich schon klappen. Das heißt. Jetzt haben wir hier. Kein Licht. Drücke ich den Knopf. Und da kommt die Güte aus uns raus. Gefällt mir. Hier muss ich aber auf jeden Fall noch mal gucken. Wie ich das mit dem. Design mache. Ich habe mir überlegt. Äh. Diese. Bricks zu benutzen. Diese. Wie heißen diese. Stormbricks. Und ja. Das ganze sieht auch ein bisschen doof aus. Weil. Wir eben. Hier. Normales Gebiet. Und hier ist alles Sumpfgebiet. Aber naja. Hier ist auch alles Sumpfgebiet. Also ich bin noch nicht so weit gekommen. Mit dem ganzen. Mit der. Dekorierung. Und so. Gut. Ähm. Hier. Wollte ich halt den Tiefflopflop anbringen. Am besten wäre es natürlich wenn wir nur einen brauchen. Für beide Seiten. Dann müsste ich mal gucken ob das passt. Mit dem Platz. Ähm. Ah ne. Hier haben wir keinen Tiefflopflop. Ich denke ich gehe jetzt einfach mal nach oben. Also so. Dann müsste. hier ein Repeater sein. Den stellen wir auf 3. Dann geht es hier nach oben. So. Und so. Damit hätten wir dann schon mal einen kleinen Puls. Glaub ich. Ja. Und. Hier würde jetzt. Nein mach ich anders. Ich glaube ich mach das. Hier hinten unten. Hier wäre dann eine Sticky Pisten. Ja. Und. die eben ein Block. Vor sich haben würde. Ach. Schlau. So. Äh. Ach. Mist. Das ist natürlich nicht gut. Wie wäre es. Wenn wir das so machen. Ne. Oder. Ich glaube da würde das so bleiben. Ja. Super. Jetzt kriege ich da nichts mehr hin. so. Äh. Ja. Kann ich das eigentlich nur irgendwie zur Seite bringen. Ne. Na doch. So. So. Genau. Weil jetzt ist die Pisten eben nicht aktiviert. und da das Signal nicht mehr hier hin kommt. Dann ist da ein Block. Äh. Hier. Da. Ist eine Torch. Und diese Torch. Die gibt das Signal einmal nach hier weiter. Natürlich nicht. Na. Also noch da. Und auch auf die andere Seite. Also nach hier. Und jetzt gucken dass ich nicht irgendwas verhedder. So. Genau. Ich hoffe mal das passt hier vom Platz her. Oder von der Länge. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Blablabla. Muss gleich mal gucken. Und ja. Äh. Hier haben wir eben einen ganz kurzen Puls. Der bewirkt dass diese Pisten ganz kurz ausgefahren wird. Und. In diesem Zustand wird der Block nach hier gefahren. geschoben. Und bleibt da. Wenn. Dann der Block hier ist. Wird der. Block. Zurück gezogen. Und ja. Dadurch haben wir eben. Bei Knopfdruck. Ein Signal das an ist. Bei einem zweiten Knopfdruck. Ein Signal das aus ist. Ich hoffe es klappt. Höh? Warum bleibt denn das an? Das geht aus. Höh? Hä? Was ist denn jetzt verwirkt? Höh? aber man sieht schon mal dass es eigentlich klappt das macht ja mal gar keinen sinn hier ist signal also das signal ist an aber die pistons werden nicht nach vorne geschoben ich würde vorschlagen dass ich das ganze so mache und das dann immer noch nicht klappt so signal ist aus komisch gut ich werde dann mal mein kopf neu starten das hilft manchmal hoffe ich so das ist an und es klappt immer noch nicht ja und warum ist das jetzt an genau und das signal von da unten durch so geht er an macht jetzt ja Sinn sehr komisch so jetzt hat es anscheinend geklappt komisch komisch ach so was hatte ich schon mal genau ich würde jetzt mal hier einen repeater hinsetzen genau das wird sein ich habe nämlich hier einen repeater und nach dem repeater klappt es von repeater klappt es nicht das macht keinen sinn aber es ist so es ist ein bug wahrscheinlich höchstwahrscheinlich aber okay hier ist schon die erste pissen dann mache ich das so und jetzt sollte es klappen alles ist an auch hier oben das ist an alles ist aus und wir haben so ich sollte das noch zu machen natürlich ja höhö Sinn und ich werde mal gucken ich würde eigentlich noch mal spielen wow ach so ich würde jetzt erdrückt wahrscheinlich halbwegs ah Mist jetzt habe ich es auch kaputt gemacht äh ach so okay also so äh das mache ich dann mal zu ich würde sagen ich tue hier ein paar Fackeln rein damit ich nicht spawnen auch wenn das Redstone eigentlich genug Licht abgeben müsste aber das ist ja auch teilweise aus deswegen mache ich es lieber mal so also hier ein Signal das klappt wieder jetzt habe ich das natürlich nicht zugemacht aber Glas dabei hier noch doch ja ne äh das ist jetzt falsch da ist richtig hier ist es auch richtig nur links falsch geschaltet das müsste jetzt eigentlich da sein ich hoffe ich bekomme vier zwei oder ist was runtergefallen ich muss gleich mal gucken so wir haben jetzt Gladstone vor allem da unten drin dann haben wir Cleanstones hier und ja das war's das war ich jetzt noch von hier und jetzt hoffe ich mal das klappt zack 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 so alles aus genau es ist dunkel hier muss ich natürlich noch alles dunkel machen oder das eben zu machen so jetzt ist alles dunkel außer eben hier aber das Licht das hier ist wird wohl kaum die Spawner hier beeinträchtigen und ja dann wäre die XP Farm eigentlich auch schon fertig jetzt muss ich eben nur noch ein bisschen aufräumen und das ganze verschönern aber gut ich würde sagen jetzt gehe ich mal kurz hier hinten ja immerhin 60 Stück ja komm nehme ich noch mal eine Potion ich glaube das ist die letzte ja dann bin ich gleich auch wieder irgendwann 50 das scharpenes Schwert habe ich immer noch seit letztem Mal das ist glaube ich neu das weiß ich nicht das weiß ich nicht immer nur so unbreaking das finde ich nicht so gut oh fand es noch nicht so viele Spinnen komisch aber ok dann gehe ich jetzt mal nach oben was oh nein jetzt kam mir eine Spinne entgegen ich bin da hochgekommen hm seist du schuld ok ok wow ah ich dachte schon ich habe das ganz verloren und ich frage mich wo diese Spinnen herkam komisch ah haha ok Problem ist gut dann schreiten wir fort und zwar hab ich äh den Mobsorter begonnen da will ich jetzt noch kurz hingehen allerdings äh ja wollte ich den eigentlich in dieser Folge bauen aber ihr habt ja bestimmt das letzte Bild darüber gesehen falls ihr es nicht gesehen habt dann könnt ihr euch das ganze vielleicht angucken äh und ich baue das dann einfach auf Screen mal sehen äh da gehe ich jetzt kurz nochmal hin da ist mein Boot ach komm schon so äh ich glaube die Base habe ich kaum verändert nur das Glas habe ich rumgezogen ich glaube das war in der letzten Folge noch nicht äh ja ich äh weiß nicht ob ich es so lassen soll ich habe oder ich habe mir vorgenommen das ganze vielleicht noch mit äh Wolle zu versuchen statt Holz mal gucken aber ich bin nicht so der Schönbauer äh 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 hier habe ich Glowstones reingepackt das wäre eher so ein Test weil das irgendwie ein bisschen komisch aussah aber ich denke so ungefähr werde ich es dann schlussendlich machen hier habe ich noch gar nichts gemacht ähm dann gehe ich mal hier rein da habe ich mir hier unten einen ja einen kleinen was auch immer gegraben einen kleinen Tunnel dann hoffe ich mal dass mich jetzt hier nichts angreift ja äh hier ist eben eine kleine Abzweigung von hier da werden dann schon mal die Spinnen sortiert die anderen Monster kommen einfach nach oben und fließen erstmal hier lang äh von hier aus von da aus gehen ja entweder nach da in den Mobsrotter rein der eben noch gebaut wird oder sie fließen ganz normal weiter bis nach oben ja so habe ich es mir eben vorgestellt mal gucken ob das dann auch so klappt und unten in den Spawning Grounds werde ich dann auch noch ein bisschen was verändern da wollte ich ja meinen 1.0.0 fix hinbauen aber da wollte ich noch ein bisschen warten nicht dass das dann äh doch noch geändert wird und dass dann alles umsonst ist weil das ist ja schon ziemlich viel Arbeit ich habe mir auch schon ein paar andere Designs ausgedacht die man ausprobieren könnte ähm und zwar so diamantförmige Spawning Pads sodass das Wasser eben äh am Spawning Pad genau an den Rand fließt und dann könnte man das so machen könnte man das so machen dass äh dass auf allen Spawning Pads Druckplatten sind weil Monster können auch auf Druckplatten spawnen und sobald ein Monster eben da ist wird werden die Druckplatten aktiviert und von oben kommt Wasser nach unten äh ja habe ich noch nie getestet mal gucken ob es klappt aber das würde dann auch ein bisschen dem Leck entgegen kommen weil es ja schon ziemlich geleckt hat weil eben dauerhaft Wasser nach unten geflossen ist und dadurch würde eben nur Wasser fließen wenn auch Monster auf den Spawning Pads wären aber okay das werde ich mir nochmal genauer angucken dann war es auch für diese Folge ich hoffe es hat euch gefallen ähm ja wir sehen uns beim nächsten Video bis dann stirb